ja und damit ein ganz großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde zu einem weiteren kleinen info video ihr habt es vielleicht mitbekommen es gibt ein neues update auf majestik und dazu gibt es ein video das gucken wir uns mal kurz an lasst gerne ein like und ein abo da würde ich mich auf jeden fall ganz ganz dolle freuen und wenn ihr das noch nicht gemacht habt gerne meinen promocode verwenden falls ihr euch registrieren solltet für majestik falls ihr dort noch nicht unterwegs seid chrissyyt oder falls ihr euch registriert habt aber noch kein promocode eingegeben habt t slash promo chrissyyt und dann bekommt da mit visum stufe drei müsste es sein genau bekommt da 20.000 und sieben tage vip platinum so ich halte meine klappe und ab geht's ich begrüße alle zuschauer und spieler bei majestik roleplay wir freuen uns ihnen ein weiteres aufregendes herbstupdate vorzustellen völlig neue innenräume poker im casino quests für neue spieler und mehr bereits in diesem update besuchen sie das casino und entdecken sie den neuen poker raum eine tolle gelegenheit mit freunden spaß zu haben ihre taktischen fähigkeiten zu testen und ihr glück zu versuchen mögen nur die besten karten kombinationen in ihren händen sein der goldene herbst ist da also ist es zeit goldene preise aus unserer neuen saisonalen kiste zu bekommen sie können neue autos einzigartige kleidung leuchtende waffen skins und schutzwesten gewinnen die ihrem spiel mehr farbe und emotionen verleihen nachricht für mitglieder der organisation platz herzlichen glückwunsch zum aktualisierten gebiet obwohl es eine ähnliche komposition hat hat es interessante neuerungen gebracht die infrastruktur wurde für banditen mit untergrundräumen zimmern lager und geheimen ausgängen entwickelt das schafft ideale atmosphäre für kriminelle organisation wir fahren weiter unsere fahrschule wurde in neues geräumiges und modernes gebäude in nähe des vorherigen schulen verlegt ja wir haben die schule innen umgestaltet geöffnet panorama fenster hinzugefügt raum vergrößert helle farben und verschiedene belichtungen betonen das interieur der neuen schule optimale bedingungen für fahrprüfungen sind für jeden studenten gewährleistet einführungsquest der weg des neulings aktualisiert für einfache und interessante anpassung die neuen aufgaben bieten hilfreiche spieltipps und anweisungen nach abschluss der quest erhält der spieler angenehme boni und alles notwendige um seine reise zu beginnen und mit anderen spielern zu interagieren verlieren sie keine zeit suchen sie nach neuen abenteuern und erhalten sie belohnungen weitere infos zum update im changelog und in den sozialen medien abonnieren sie den kanal um keine zukünftigen neuerungen zu verpassen wir sehen uns auf dem majestik rp ja das klingt doch denke ich mal ganz interessant sind zumindest die anfängerquests für die vielleicht gar nicht so schlecht wenn die bisschen überarbeitet wurden war ja ich sag mal nicht verändert erweitert dass man auch noch die anderen jobs ein bisschen kennen lernt und da arbeitet und macht und tut einfach um noch ein bisschen da näher gebracht zu werden mit dem ganzen kram ist dann vielleicht doch zu anfang ein bisschen überfordernd und da finde ich immer solche anfangs quests wie zum beispiel auf anderen servern besser ja ansonsten klingt es erstmal gar nicht so verkehrt schreibt gerne in die kommentare wie ihr das ganze findet ja und wenn es euch gefallen hat gerne like und abo da lassen und sehen wir uns mit der nächsten folge wieder also leute bis dahin und ciao